So, da bin ich mal wieder zurück. Ihr seht schon Level 50, eben gerade noch ganz entspannt gemacht. Ich sage ja, leveln derzeit eigentlich so leicht. Ich würde es euch halt wirklich empfehlen. Macht es mit, rettet die Welt, aber darum soll es nicht gehen. Nicht gehen, nämlich es geht natürlich um den Skin, den ich gratis hoffentlich bekomme, wenn ich euch mithole. Wie geht das Ganze? Ganz einfach. Ihr geht in den Epic Store rein, sucht euch das Spiel Valhalla raus, geht einfach, warte mal, zurück, warte mal, hier ist es schon ausgeklappt, hier müssen wir ein bisschen, obwohl, aufpassen nicht. Also, so sieht das Ganze bei euch aus, wenn ihr Assassin's Creed Valhalla sucht, dann geht ihr einfach runter, dann auf mehr Anzeigen, dann seht ihr schon, holt ihr das SEO Auditor Outfit mit dem integrierten Emote für Fortnite. Denkt dran, ihr müsst natürlich auch eingeloggt sein, dann geht ihr auf jetzt kaufen. Bestellung wird geladen und dann, ich bezahle natürlich mit Paypal, dann Y und T unterstrich Family Hack. Wäre nett, wenn ihr mich da auch reintragen würdet, weil ihr müsst das da nochmal extra eintragen, auch wenn ihr quasi schon im Item Shop mein Item Dings drin habt. Denkt dran, hier dann auch reintragen, Bestellung abschicken, Stimme zu. Das machen wir halt mal gerade raus, nicht, dass doch noch irgendwas in Privates kommt. Na, siehst du, wusste ich doch. Na, Epic Games ist auch vorsichtig geworden, nämlich man muss einfach seine Paypal-Adresse noch mal eingeben. Ganz schnell. Ich will euch natürlich mitholen, wenn der Skin reinkommt. So, dann einmal einloggen. Das war früher einfach, aber wir sind ja mal ehrlich. Sicherheit geht immer vor, deshalb lieber dreimal. Ja, dann noch eine SMS erhalten. Ach, okay, da hast du immer diese Bestellbestätigung, hast du nichts gesehen. Aber, denk dran, immer lieber so. Hallo? Oh, jetzt hat er ja meine andere Handynummer geschickt. Ändern. Ja, das ist, wenn man meine seine Handynummer geändert hat. Und die Handynummer habe ich gefühlt jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Jahre. So, Code ist 53335. Und ja, mit dem Code könnt ihr nichts anfangen. Jetzt war er sogar falsch. Ich will mich verarschen. Erneut senden. Ja, das ist der berühmte Vorführeffekt. Hallo? Ach, der Code lautet anders. LOL. Das war die Nummer, wo die Fähr kommt. 3, 6, 7, 4, 9, 4. So, jetzt auf weiter. Jetzt wird das Ganze verarbeitet. Identität bestätigt. So, jetzt ist es jetzt bestellt. Das lädt und lädt und lädt. Zustimmen. Jetzt zahlen 23,99 Euro. Und der Skin soll, wenn er in den Shop reinkommt, 2000 V-Works kosten. Also, wenn ihr euch V-Works kauft, so viel zahlt ihr da auch nicht drauf. Und noch habt ihr Session Squad. So, jetzt gucke ich mal, ob es geht. Ich lasse mich raten. Und, wir sind wieder im Game. Ich habe jetzt Angst, in Rette die Welt reinzugehen. Weil, wenn du den Skin da bekommst, ist es nämlich ätzend. Muss ich jetzt echt aus Rette die Welt rausgehen? Aus dem Spiel rausgehen? Dann machen wir das ganz schnell. Bim, 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 bim. Ja, ihr seht noch vom Mario Kart die Punkte. Ich starte gerade Fortnite neu. Ich denke mal, das ist halt immer das Problem. Du musst dich erst einloggen und wieder neu einloggen. Früher hat das gereicht, wenn du mal kurz einfach in den Startbildschirm gegangen bist. Da, wo man nur auswählen konnte, rettet die Welt. Kreativ oder normaler Modus. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger. Aber ich will euch halt wirklich da mitnehmen. Zur Not einfach vorspulen. Werden, denke ich mal, eh die meisten machen. Ja, komm, Fortnite. Jetzt mach keine Faxen. Und steht oben links, In-Game-Käufe. Ich finde sowieso auch Battle Pass-Sterne und so. Die brauchen zur Zeit verdammt lange, bis die wirklich ankommen. Login. Oben links, In-Game-Käufe. Hallo. Und, was habe ich euch gesagt? Da ist der nette Herr schon. Und genau so könnt ihr das halt auch machen. Den Skin haben wir jetzt. Jetzt gerade noch schnell einen Screenshot machen. Jetzt muss ich hier auf Nummer sicher gehen. Ah, warte, ich glaube, ich sehe es. Doch, ich sehe es. Ach, Glück gehabt. Ich habe gedacht, wegen Bullschirmaufnahme. Wie gesagt, so sieht der Skin dann aus. Ich muss mir halt, wie gesagt, gerade nur ganz schnell empfohlen. Kann ich auch gleich aus dem Video rausholen. So, dann würde ich sagen, einmal ausrüsten. Zack. Und da ist das Ding. Und das ist halt wirklich ein Skin. Den hat gefühlt kaum einer. Jetzt auf jeden Fall. Sieht schon nice aus. Wie gesagt, ich lade das Video hoch. Dann werde ich live gehen in Rett die Welt. Und in dem Sinne würden wir uns gleich sehen. Ach, wer muss da reinkommen? Man kennt ihn. Also in dem Sinne, haut rein. So bekommt ihr den Skin. Creator Code nicht vergessen. Yt-Famleck. Und in dem Sinne, haut rein.